Musik 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 Ah, wieder so ne Jagd Musik 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 Niko-Mana Niko-Mana Booyachaka Booyachaka Let's see how you like killing with me Ha 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 Buh 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 Ah, der Schrei Ok, der hat nicht bei 4, den haben wir jetzt fertig Ich glaub nicht, dass wir mit dem Himmchen, aber Ne, aber jetzt beim nächsten Angriff Komm Wie finden wir die? Den Ähm Gibt mal einer wieder auf Mach Und BAM Die Powerpoints haben wir aufgefüllt So, die nächste Jagd erwischt Äh, ähm, abgeschossen So Hier, wo kommen wir denn da wieder hoch Ah Das ist das Kino, da wollen wir jetzt gerade nicht raus, oder? Ah Kurz frisch Luft tanken Und wieder runter Wir haben noch nicht alles abgeschlossen So Ah Stöhner Quietscher Ich glaub, der hilft nicht Aber Drachen schreit, hm Gucken Da müssen wir noch was Ähm Da müssen wir noch was Ähm Da müssen wir noch was, ähm Ah, sie brauchen Pokémon Ähm, die Chimpokémon Ähm, die Chimpokémon natürlich Müssen wir noch was, ey, trainieren Da müssen wir neue Fähigkeiten erlernen, um da durchzukommen Also werden wir noch ein paar Mal hier kommen Nochmal wieder Frische Luft Oh, wie ist das schön So Jetzt müssen wir wieder mit Elgor reden Oh ja Da freu ich mich schon Nice work I will let you know of any updates on Manberpeg Make sure to share the news on Facebook I'm super serial Juhu, da wird's hin Ah, dann machen wir das glaub ich jetzt mit Jimmy Jetzt müssen wir zu Farmer Bill gehen Jetzt müssen wir zu Farmer Bill gehen Weil ich glaub wir hatten das immer vorher so gemacht Aber das ging natürlich nicht Wir konnten das erst freischalten Ähm, wenn Jimmy dabei ist Weil es ja für Jimmy ist Ist ja klar, ne, ist ja nur logisch So Und jetzt wird nämlich was getriggert Oh boy, der Kettelranche Wir sind hier Entschuldigung, hallo Hey, get off my ranch Sorry to bother you sir We are elven warriors of the forest I understand you might have a flute for sale You wanna buy the flute? It just so happens, I'm a level 10 bard And a flute is just what I need to play magical songs of enchantment Of enchantment Of enchantment Enchantment Also mit enchantment ist ja echt ein Problem, ne? Flut ist ja echt ein Problem, ne? Flut ist ja ein bisschen dauernd Außer süß auch, ne? A flute is just what I need to play magical songs of enchantment Psst A flute is just what I need to play magical songs of enchantment A flute is just what I need to play magical songs of enchantment A flute is just what I need to play magical songs of enchantment A flute is just what I need to play magical songs of enchantment Ja, ich habe es geschafft. Dann, lass es uns! Alles klar, wenn du so sagst, hier sind die Schlüsse zu den Bauern! Alles klar, Kaus, es ist Zeit, zu verraten. Sieht aus, wie wir auf unseren Händen haben. Sieht aus, wie wir häckleden sind. Mal mal los, ne. Jawohl! Jawohl! Die Mür gegen Anglieder, die Mür gegen... Ach, schwach mit Feuer. Alter, haben wir kein Feuer. Dann muss der Wetter drängen. Scheiße! Fuck, der macht kaum Schaden, aber bluten zumindest. So, was können wir, Jimmy, machen? Brauner Ton. Okay, dann spielen wir mal den braunen Ton. Yo! Okay, schnell A drücken. Ach, du lieber! Boom! Das hat was gebracht. Oh, was! Die Alu-Wak-Bak-Kür! Fuck! Oh mein Gott, nochmal! Und wieder Scheiße geblockt! Fuck! Macht immer zufrieden! Fuck! Okay, ich konnte blocken, aber Jimmy nicht. Fuck, er ist tot. Ach, du Scheiße! Egal, wir haben es geschafft. Also es sind nicht nur deutsche Nazi-Zkiller-Zombie-Kühe. Somit sind deutsche Nazi-Zkiller-Zkiller-Kühe. Ich bringe sie aber selbst in die Luft. Alles klar. So, okay, da kommen wir noch nicht hin. Ich will hier schon mal sagen. Aber da kommen wir hin. Moment! Nein! Vielleicht hast du... So, wir wählen natürlich den... ...Bettering aus. So, dann... Noch ein Schein! Hehehe! Und die Flirter. Die ganze Leiter voll... ...blutig. Ich bin kein Elf. Ich bin ein Mensch. Ich bin es vielleicht echt gut spielen. Ich bin es vielleicht echt gut spielen. See you around! Danke, neuer Kind. Ich habe es nicht mit euch gemacht! Wo sollen wir gehen? Jetzt haben wir Jimmy! Jetzt haben wir Jimmy! Jetzt haben wir Nachricht von Jimmy. Ich habe drei Shows pro Nacht im Kirchnern Esel. Nächste Woche geht's los. Hier ist ein Aufschluss aus meiner Ausführung. Wasser zwei Krücken und gerne im Bade aufgeben, hm? Dieser Kerl. Wow, was für ein fantastisches Publikum. Babam. Es ist nicht witzig, muss ich nicht sagen. Aber doch, doch. Jimmy ist ein Krippel, er ist witzig. So, auch gerade noch zwei Camps. Fuck. Zwei ganze Obdachlosen Camps müssen wir irgendwie finden. Ich glaube, eins weiß ich noch, wo es ist. Oh Gott, jetzt fängt es an. Jetzt fängt es an mit Elgor. Fick auf, gefällt mir, wenn du ein Junior Elgorner bist. Oh Mann, jetzt fängt es an. Das wird übel. Das wird übel. Er ist so eine Nervenpflege. Fuck you. NeuQuest mit Freunde Elgorner. Wie mache ich das denn? Oha. Das Problem ist... Ja, ich mag ihn auch nicht, weil... Er ist aber scheiße. Schrank. Oh nein. Bitte nicht. Nein. Oh krass. Sie war zu krass. Sie war zu krass. Was war das? Wach auf. Oh nein. Ich habe vier zu krass Rüstungen. Das Problem ist, wenn ich nicht den Daumen bekomme. Ich habe zu stark Rüstungen. Ich habe über 350 Rüstungen. Die Dramatik beschlossen wird. Jetzt sehen wir, wie es mit mir gefühlt fühlt. Ich bin jetzt! Den Ex-Vizepräsidenten. Ah, so ein neuer. Droht der Tausendschnitte, so eine neue Fähigkeit, mal sehen wie die funktionieren. Mal gucken wie das klappt. Combo Time. Und jetzt noch mehrere Zoom 590, fuck. Ja, kaum Schaden. Ich habe alle voll krass Schaden. Das wirst du nicht. Auf geht's. Oh nein. Ja. Ich habe eine Schlühebe. so was ich mit topen kann und der tag ging es auch noch im wohnen die heimung ist glaube ich selber oder geben uns mal nach aber wir geben uns zu anderen punkte war glaube ich die bessere idee und ich kann ihn nicht heilen aber zwei Leute down okay und down fuck shit der ist aber scheiße und sehr stark der Typ ist fucking im Wun gegen die ganze scheiße von irgendwie zu betäub oder sonst irgendwas unsere Schläge hätte auch gut haut er gut weg ja 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 ist geblockt ha und dagegen ist er auch im Wun krieg nur Schaden okay friss scheiße friss scheiße ah wir sind dagegen nicht im Wun okay wenigstens ein bisschen Blutungsschaden ach natürlich schießt er auch mehrmals fuck und wir sind betäubt ja super wir sind betäubt ein nein fick dich und jetzt kommt der letzte noch und da Tango down ah das hat jetzt weg gefickt dass sie nochmal angehalten konnten und ich glaube das wird ein bisschen später machen und das ist jetzt nervig weil der ganze Zeit die Nachrichten schreibt aber ah vielleicht nochmal keine Waffen holen oder so weil Gott ich brauch keine Pause das ist der Fakt so ab also das muss ich sagen bei dem hab ich immer wieder Probleme Mal gucken, ob wir bei Carp noch Waffen kaufen können. Der Grand Wizard sagte, dass ich jetzt in charge des Shopkes, weil ich klinge wie Clyde. Ich klinge nicht wie Clyde. Insofern, willkommen, wehry Traveller. Würdest du meine Wehrs sehen? In dem Moment läuft eine Rückrufaktion des Herstellers. Fick dich, El Grauer. Ok, reden wir mit Ursatz. Kommt, Herr Dichbeck, es ist Zeit, unsere Forzen zu holen. Sie nennen sie hier und deine Dedication zu Koopa Keep wird komplett. Ja, also wie schon gesagt, aber ich... Ich finde es besser, wenn ich mich Cartman anschieße anstatt den Elfen. Cartman for Life. Der gute Cartman. Ich sammle die Truppen. Der Cartman. Everyone gather round. While the rest of you have been picking your respective Arses, Sir Dichbeck has gone out and brought help to our Kingdom. Sir Dichbeck, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, third born of the Red God, and by the glory of Christ, I hereby anointe you Commander Dichbeck. With all the rights and privileges accompanied therein. Commander Dichbeck. Die vielleicht finale Schlacht zwischen den Menschen und den Elfen steht kurz bevor. Wer wird als Sieger hervorgehen? Wird es Commander Dichbeck schaffen und starb der Wald wieder zurück zu schaffen? Und wird er irgendwann Elgor besiegen? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stake of Truth. Falls Euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht. Oder schreibt vernünftige Kritiken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Bye-bye! Chặgrid Schadier